Mein Name ist David Bramley und ich komme aus Köln. Mein Vater hat mir zum Geburtstag einen Baseballschläger, einen American Football und einen Basketball geschenkt. Und der Basketball hat mich halt am meisten begeistert. Ich liebe am Basketball am meisten, wenn volle Halle ist, wenn man mit zwei hinten ist und man den Dreier trifft zum Sieg. Ich möchte der Mannschaft einfach das geben, was sie braucht, gerade wenn ich jetzt nach der Verletzung wieder zurückkomme. Eigentlich wollte ich die Saison mit der Nummer 6 spielen, aber ihr seid ja unser sechster Mann, deswegen habe ich jetzt die 30. Das heißt aber auch, ihr müsst uns unterstützen. Ich muss gerne Folgen mit einem kleinen Sonic-Ballschläger schauen, wie ichan, und ich werde die Saison mit einem kleinen 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 kleinen.